Am 10. April 1836 wird die Leiche der 23-jährigen Helen Jewett in einem Etablissement im Rotlichtbezirk von New York City aufgefunden. Sie hat drei Schläge mit einem scharfen Objekt mutmaßlich einem Beil abbekommen. Der 19-jährige Richard P. Robinson, einer von Helens Stammkunden, wird nach Aussagen von weiteren Damen unter Tatverdacht verhaftet. Eine Jacke, die ihm gehört haben soll, wird am Tatort gefunden. Richard zeigt sich völlig unbetroffen wegen Helens Tod, leugnet aber jede Tatbeteiligung. Der Fall erregt viel Aufmerksamkeit und spaltet die Öffentlichkeit. Während die einen Mitleid mit Helen haben, sagen die anderen, sie sei aufgrund ihrer Tätigkeit selbst schuld gewesen. Vor Gericht werden die Aussagen von Helens Kolleginnen aufgrund ihres Berufes nicht zugelassen und Richard wird aus Mangel an Beweisen von der Jury freigesprochen. Der Fall wird nie aufgeklärt. Für Kriminalfälle in voller Länge schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur wenn es dunkel wird. Bis gleich.